Hallo Freunde, hier ist wieder euer Ragnari früh am Morgen bei Sonnenaufgang. Wenn ihr euch mal schön mit Energie auftanken wollt, dann müsst ihr in diesen Momenten, wenn morgens die Sonne aufgeht, euch hinstellen, eure Hände nach vorne ausstrecken, mit den Handflächen zur Sonne und mal 5 bis 10 Minuten stehen bleiben, die Augen zu machen und euch vorstellen, wie die Energie der Sonne in eure Chakren in den Händen reingeht. Und das gibt richtig Power für den ganzen Tag. Das haben die Indianer früher einmal auf den Bergen gemacht. Die sind da auf den Bergen hingegangen, haben morgens eine halbe Stunde sich hingestellt und ihre Handflächen zur Sonne gehalten. Und sie waren sich dessen bewusst, dass wir Lichtwesen sind und dass die Sonne uns halt auflädt. Und außerdem ist das natürlich auch noch ein wunderschöner Anblick. Okay, wie gesagt, tankt euch mal auf der Sonne auf, an der Sonne. Tschüss, euer Ragnari.